Wir machen alles für die Georgienseite. Gunja, die Ehe ist hart, Gunja. Gib alles. Ja. Ich filme. Hilfst du? Ich bin der einzige Reporter hier. Genau, gib mal einen Kommentar ab. Was haben Sie dazu zu sagen? Ich müsste dazu sagen, dass alles überspielt ist, weil derjenige ist einfach nur steil. Also einfach nur Teufelsaffen. Ja. Und dann kriegen sie alle wieder Päunig, weil sie nur einmal im Jahr saßen. Ja, ich weiß. Und dann kriegen sie Päunig, dass er sofort die Krankenwagen brach. Ja. Na, aus diesem Grund muss ich sagen... Du siehst gar nicht so scheiße aus. Mach erst den Büffeln, den ich mach. Steil für frei. Mach ein Foto. Komm, mach mal ein Büffel. Ach so. Hallo. Bitte was? Ja. Dreht euch wieder rum. Macht sich bitte in Ordnung. Ja. Ich muss ja nicht sagen, dass er sich hier vorzuschäden hätte. Ja. Ja.